whatever hallo und herzlich willkommen zu assassin's creed via black flag wir sind hier stehen geblieben das ist eine gute frage ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern es ist eine weile her ich zuletzt Assassin's Creed aufgenommen hab retten gerade mal hier den überleben dann der fs geht da los die reißen sich schon wieder den kopf ab gegenseitig wir schauen jetzt erst mal wo wir denn hier unsere hauptmission haben ähm na da unten dann müssen wir da erstmal hinsegeln also los geht's oder hey wir machen mal in dieser folge mal wieder auf die jagd ja möchte ich gerne wahlboote bereit machen jungs ja komm die wahl obwohl wahl jagen glaube ich verboten ist mittlerweile soweit ich weiß eigentlich müsste das ja verboten sein und damals bei den piraten hat die das wenig interessiert wo ist er denn ja da aber na komm zeig dich nochmal ich hab ihn das geht los nochmal getroffen ja wo ist er jetzt hin achten schwanzflotte das tut ihm gar nichts kapitän hab ich wahlboote was hat wir getan der ist stinksauer ich meine zu wenig damage ja wo ist er da hinten ist er na komm da ist er an steuerbord ja ja schon gesehen na komm ich hab ihn sicher das seil ich hab ihn festhalten das spieß ist verletzt getroffen uah na komm nicht getroffen boah alter ich glaub das mit dem wahl wird noch nichts der versenkt uns kapitän der würde uns nicht versenken glaub mir wo ist er da komm schon hö links rechts da hinten ich seh ihn steuerbord voraus ja ich hab den auch schon gesehen bleib mal ruhig na wendet es fest ruhig jetzt ha 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 erwischt oh der zieht aber ganz schön geschafft da kommen noch zwei den hab ich nicht getroffen schnell bevor er mit dem schwanz schlägt das tut ihm gar nichts kapitän ha ha ja wir haben es nicht geschafft Ruderboot wurde zerstört ja gut dann äh lassen wir das mal mit dem wahl doch sein das machen wir wenn wir bisschen aufgerüstet sind Reisegeschwindigkeit los geht's komm sing mir ein Shanty wow na den wahl hätte ich doch gern gehabt aber das der hält einfach noch viel zu viel aus oh 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 wir haben die stopp 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 ich will die nicht schrauben boah man muss schon echt sagen sieht schon echt hübsch aus ihr seht das in der aufnahme in dem video jetzt nicht so gut weil ich äh leider nicht so hoch rendern kann beziehungsweise ja nicht so hoch rendern kann sonst dauert es ewig bis ich das hochgeladen habe weil ich leider nur eine 16.000er leitung habe was was heißt leider ist äh schnell aber dauert halt echt lange zum hochladen jetzt hier für so ein normales video brauche ich ja gut 2 stunden für eine 20 minuten video und das ist doch dann schon echt äh lange aber gut ich äh will meinen anbieter nicht wechseln weil ich sehr zufrieden mit dem bin wo muss ich das da hinnehmen mit oh da vorne wird einer bombardiert das ist unsere mission ne ich glaube nicht aber hey den könnten wir grad mal mitnehmen oder oder schon versunken eigentlich könnten wir den mitnehmen komm wenn er grad schon da rumgammelt na komm mal gucken gut gut dann eben was ist mit dem hier stop drehen drehen ja tun wir gar nicht Das wäre eine Lüge. So, da in 600 Metern haben wir eigentlich schon unser Ziel erreicht. Ich höre mal, wie es weitergeht. Ich glaube, im vorletzten Part ist hier unser guter Freund da gestorben. Hier dieser Blackbird. Ist nicht Blackbird gewesen. Bin mir nicht sicher. Wir haben so eine Stadt. Los geht's. Oh, nach Afrika? Oh, gut. Verlassen wir die Karibik. Aber das dauert. Und da laufen wir durch den Animus. So kratz hier. Willkommen in Afrika. Wie lange hat das jetzt gedauert mit dem Segelboot? Von der Karibik bis nach Afrika. Das dauert doch. Sind wir jetzt immer noch auf der gleichen Karte? Nein, sind wir nicht. Prinzip her. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Was machen wir jetzt hier? Müssen wir doch da unten? Piraten retten. Da unten. Haben wir hier. Ziel. Markierung. Oha. Den haben wir. Da der Fette, der wird uns Probleme machen. Der hat gesessen. Ja, ja. Wurden getroffen, ist mir klar. War schon wieder so eine scheiß See-Schlacht. Und jetzt erstmal die Kleinen. Hält sich doch gut an, dass wir uns erst die Kleinen holen. So. Du wirst jetzt sterben. Stirb. Ja, ja, klar. Hallo? Wo kommt es an? Ich habe keine Muni mehr. Komm, die müssen wir kriegen. Die ist so gut wie tot. Komm, einmal drehen. Nein! Ihre Kanonen, bleib weg! Feuer! Entern. Hebe den Befehl, Sir! Ja, entern. Los geht's. Ja, du musst auch loslassen. Hallo, Edward. Loslassen, danke. Hier, die Drehpaar benutzen. Feuer! Nur mal in ein paar getroffen. Der Käpt'n gehört aber mir. Sack, tschüss, Käpt'n. Na, komm. Gucken, ob ich es noch kann. Kurz die Kamera drehen. Na, komm. So, Käpt'n ist tot. Sein Traum. Aua. Warum muss ich hier eigentlich alleine aufräumen? Aua. So, 15 besiegt. Bitte, danke. Möchte noch jemand? Können wir die zu unserer Flotte aufnehmen? Was eigentlich Schwachsinnig ist. Ich, ich, ich. Schwachsinnig, ich. Nee, kann man nicht. Nur Jackdaw reparieren. Na, immerhin. Ich, ich, ich habe Sprachprobleme. Was? So, da hinten liegt noch Güter. Die nehmen wir natürlich mit. Wir lassen hier nichts liegen. Komm, Gas. Ja, ich weiß auch, dass unser Mädchen segeln kann. Die gute Jackdaw. Das Ganze ist... ...schwere Kugeln. Raus aus dem Wind. Komm, drehen. Da hinten treibt nämlich noch was. So sieht also Afrika aus. Sieht ja ein bisschen aus wie die Karibik. Feuerfässer voll. Ja, warum sammle ich die Sachen denn ein, wenn es nur diese Kommi-Munition ist? Die eh keinen Arsch gebrauchen kann. Gut. Dann retten wir jetzt mal die Piraten. Auf geht's. Geben wir mal ein bisschen Gas. Mit der Piratenflagge im Wind. Okay, so sieht also Afrika aus. Wer mir neu. Na komm. Wir nähern uns den Felsen, Sir. Den Weisen finden. Ja, ich komm bald zurück. Keine Sorge. Such schnell Roberts und dann... Können wir wieder nach Hause. Mach ich mal kurz im Prozess. Was haben wir denn an Pfeilen da? Zwei Schlaf... Äh, vier Schlafffeile und zwei... B-B-B-B-B-Berserker-Pfeile. Sogar ein Messer. Um irgendjemanden leise zu töten. Das ist praktisch. Hoch. Da hinten müssen wir hin, ne? Ja. Einmal synchronisieren, bitte. Boah, es sieht schon echt geil aus, das Spiel. Es ist unfassbar, wie geil das aussieht. Das hat nicht wehgetan, Leute. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Da hinten haben wir eine Kiste. Die nehmen wir natürlich. Äh, wo liegt sie? Da hinten liegt sie. Aber heute, 310. Wir sollten jetzt sowieso mal gucken, dass wir ein bisschen was an Geld, äh, zusammensammeln. Denn wir müssten echt mal langsam irgendwie aufrüsten. Bessere Waffen. Dejector aufrüsten. Wir müssen jetzt mal hier unten lang. Was haben wir hier? Zwei Gegner. Die wir nicht markieren können. Warum auch immer... Oh, zwei Gegner? Ich glaube nicht. Da... Guck mal die anderen. Demnächst gesehen? Da. Die Weisen finden. Sehen die was? Da guckt er gerade hin. Und... Gute Nacht. Viel Spaß damit. Oh, hier hätte ich sogar... Schade. Jetzt hätte ich sogar auf die Fässer schießen können. Ja gut. Aber das hätte zu viel Aufsehen erregt, glaube ich. Sehen wir noch was? Nein. Aber hier oben ist noch ein... Fragment. Was ich gern hätte. Damals. So, was haben wir jetzt hier noch? Niemand mehr? Alles klar. Sager. Nein. Die Piraten alle tot. Scheiße. Captain Kenway. Ja bitte? Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narb. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cochrane. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Turnfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cochrane und Burgess, sie dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Falls du Männer von meiner Crew siehst, du ihnen den Gefallen und schickst sie her. Ich tue, was ich kann. Mach ich. Burgess und Cochrane. Ausfindig machen. Alles klar. Kann ich die markieren? Nee, ne? Ah, das. Lieb. Ein lieber Mitstreiter. Beziehungsweise ein weiser. Oh. Ein Gegner. Da haben wir noch einen. Okay, dann. Boah, hier haben wir viele Gegner. Ja, wahrscheinlich hoch. Ja, ja. Ich weiß. Boah, halleluja. Das ist bewacht hier. Nein, da hinten können wir auslöschen. Die zwei auch. Ich will nur nichts riskieren. Das ist ein bisschen blöd. Guck mal, was wir hier haben. Was wir hier haben. Komm noch. Na komm her. Na komm. Na komm. Ja, du hast es hier gehört. Komm her. Na komm, Beifuss. Komm. Ja, dann guck. Was war denn da? Was war denn da? Hä? Verstehe ich nicht. Oh, gute Nacht. So, der ist schon mal weg. Das ist schon mal gut. Komm mal ran hier. Ja, jetzt kommt da ran. Na komm. Na komm. Du willst es doch auch. Komm her. Ah, der ist zu blöd, um da hochzulaufen. Und gute Nacht. Sehr gut. So, jetzt haben wir die. Wir müssen hier rüber. Da stehen jetzt beide, ne? Ne, der eine geht jetzt wieder da runter. Ja, ja, ich weiß. Die haben das beide gehört. Das ist schlecht. Ja, eigentlich ist das gut. So kann ich den auslöschen. Oder was? Und dass der andere das mitkriegt. Oh. Ja, bitte. Was? Was denn? Ja, Beuten. So muss ich die Körper aufheben. Ja. Wer weiß, wer hier noch lang kommt. Weiß ja nie. Kann man ablegen. Ab da rein. Da sieht es keiner. So. Hier kommen wir glaube ich nicht lang. Doch hier gibt es eine Höhle und eine Kiste. Kiste ist gut. Kiste bringt immer gut Geld. Na gut. Das ist das. Na gut, doch. Gab auch gut 300. Das war doch auch ordentlich. Dann würde ich mal sagen, bevor wir jetzt hier die Festung stürmen, beende ich den Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Assassin's Creed. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank.